Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs Einstecken. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Steckt ein. Steckte ein. Hat eingesteckt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich stecke ein. Du steckst ein. Er steckt ein. Wir stecken ein. Ihr steckt ein. Sie stecken ein. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich steckte ein. Du stecktest ein. Er steckte ein. Wir steckten ein. Ihr stecktet ein. Sie steckten ein. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe eingesteckt. Du hast eingesteckt. Er hat eingesteckt. Wir haben eingesteckt. Ihr habt eingesteckt. Sie haben eingesteckt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich stecke ein. Du steckest ein. Er steckt ein. Er stecke ein. Wir stecken ein. Ihr stecket ein. Sie stecken ein. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich steckte ein. Du stecktest ein. Er steckte ein. Wir steckten ein. Ihr stecktet ein. Sie steckten ein. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb einstecken. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zzapp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.